Hier wieder vom Sonnenrot und Florian hat jetzt eine wunderbare Interviewpartnerin. Bitte Florian. Hallo, ich stehe hier mit der herzallerliebsten Tordes. Tordes hat sich bewiesen durch viele Festivals. Zeig doch mal dein Bändchen. Ist doch ein Zopfgummi dabei. Was war denn das alles? Hier ist Sonnenrot, das Rote. Ja, Sonnenrot ist Southside, zwei Jahre. Vielleicht wird es Zeit, dass ich die mal wieder abmache. Und Campus Cruise in Passau vom Uni-Radio. Kannst du mir lustig eine Anekdote vielleicht erzählen von Southside, wenn du über die letzten drei Jahre schon Bord warst? Eine lustige Anekdote? Ja, ich weiß immer nicht mehr so viel im Nachhinein. Aber das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen. Es war ziemlich nass dieses Jahr. Also es gibt auch ein paar schöne Fotos mit Gummistiefeln. Und die Leute sind richtig innovativ geworden, wenn es darum ging, sich von dem Schlamm zu schützen. Aber ja, war alles sehr feuchtfröhlich. Und was sagst du jetzt im Sonnenbruch? Ja, also die Location ist natürlich genial. Der See ist super. Und wenn jetzt die Sonne auch nochmal wiederkommt, dann wird es nochmal richtig geil.